So ihr Lieben, heute machen wir die Segnung Maranatha mit Erzengel Metatron. Mit Erzengel Metatron. Erzengel Metatron kann uns mit verschiedenen Themen helfen. Spirituelle Entwicklung, unseren Seelen wegzuklären, deutlich zu sehen, spirituell uns zu entfalten, alte Blockaden zu heilen. Also er ist sehr vielfältig, würde ich sagen. Er ist sehr nach diesem Erdenfeld. Ja, und hilft dir bei unseren eredischen Problemen. Ja, wo wir manchmal so blockiert uns fühlen, dass wir denken, dass wir uns nicht entfalten können, dass wir zu lange bleiben in negativen Gedanken, sich nicht davon befreien können. Ja, also diese 3D, ja, Vibrationen. Das kann die Erzengel Metatron auch super toll helfen. Aber bei mir, egal wann zeigt sich bei Menschen Erzengel Metatron, wo die Menschen gerade Unklarheiten haben, wo Nebel stehen, wo etwas, wo die wissen nicht, wohin da gehen sollten, welchen Weg, welche Entscheidungen die treffen sollten, welche Fähigkeiten sollten da vertiefen, welche Richtung, was ist meine Berufung, alles rundherum, auch die Verbindung mit der geistigen Welt. Ja, da zeigt sich genau, Erzengel Metatron, Merkaba, allgemein Verbindung mit allen energetischen Feldern. Also ganz interessantes Engelswesen, würde ich sagen. Ja, gleich machen wir Meditation, indem du diese Frequenzen des Segens, also Maranatha-Segens bekommst. Erwarte gar nichts, mach dir keine Vorstellungen, einfach genieße. Als Erinnerung, ihr Lieben, bis morgen, bis 23 Uhr darfst du dich noch anmelden für die Seraphineinweihung. Das ist eine von den stärksten Einweihungen. Und da hast du sogar drei Termine bei mir unter dieser Einweihung. Zuerst, ich eröffne deine zwölf Chakren. Nach dieser Sitzung, die 45 Minuten dauert, gebe ich dir weiter, alles, was ich von der geistigen Welt erhalten habe, außerdem, dann hast du zwölf Tage Pause. Danach die Einweihung, die 25 Minuten dauert. Nach dieser Einweihung bekommst du auch von mir verschiedene Impulse von der geistigen Welt. Und da hast du noch Coaching mit mir, persönliches Coaching. Und das alles genau unter dieser Einweihung. Und das darfst du dich noch für diese Einweihung, Seraphineinweihung, anmelden bis morgen. Bis 23 Uhr. Gleich links in Kommentaren auf YouTube, in der Beschreibung und oben hier auf Facebook. Am Ende erscheint alles. Und, tolle Sache, Reinigung des dritten Auges. Und eine Woche, ein Seminar, wo ich und die geistige Welt reinigen, dein drittes Auge. Die ganze Woche mit verschiedenen Lichtwesen, also verschiedene Lichtwesen werden dein drittes Auge reinigen. Tolle Sache. Und weißt du, mit dem dritten Auge ist es so, das solltest du regelmäßig machen. Willst du dich spirituell entfalten, reinige und arbeite mit deinen dritten Augen. Punkt, erledigt. Da muss man nichts dazu fügen, denn einfach so ist. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du dich angesprochen fühlst, da in Kommentaren hast du beide Links, später auch da oben auf YouTube in der Beschreibung. Wer ist noch heute dabei? Schönen guten Abend. Barbara, was stimmt mit euch wird? Ein wunderschöner Abend. Renate Brunner, guten Abend. Simone, sag es, du liebe Seele. Mit uns eine meiner sieben Schutzengel. Erzengel kann nicht Schutzengel sein. Ihr Lieben, ich betone, ein Erzengel kann nicht Schutzengel sein. Das ist eine ganz andere Frequenz. Du hast einen Schutzengel von Anfang an bis zum Ende deines Lebens und genau der Schutzengel begleitet dich durch deine alle Inkarnationen. Ein Erzengel kann dich zusätzlich schützen und kannst du das so formulieren, dass zum Beispiel zusätzlich Erzengel Metatron führt dich auf deinem Seelenwerk, begleitet dich, aber Schutzengel kann er nicht sein. Hallo, meine liebe Mona, Mihai. Meine liebe Petra, Mona, warum schließt und öffnet sich das dritte Auge manchmal? Nicht manchmal, sogar ganz oft. Denn das ist wie ein Chakra. Also, so wie wir unsere Chakren blockieren können, kannst du dein drittes Auge blockieren durch verschiedene Sachen. Essen, durch Gefühle, durch Probleme, durch deine Gedanken, durch negative Menschen, allgemein negative Energie, die verschiedenen. Das ist genauso wie, wenn du gegen uns selbst kämpfst, gegen deine eigenen Gefühle etwas machst, gegen dein göttliches Ich etwas machst, weil du Angst hast, weil du Angst hast, weil du zweifelst, weil du Angst hast vor dir selbst, vor Konzentrenzen, Angst hast vor anderen Menschen, vor deinen Partnern, vor Kindern, was die sagen, zum Beispiel. Also, das sind verschiedene Faktoren, die haben Einfluss auf unsere Chakren und auf dein drittes Auge. Und da kann sich einfach öfter geschehen. Das ist überhaupt nicht so. Du öffnest dein drittes Auge und es ist geöffnet. Bullshit. Das stimmt doch gar nichts. Karin, hallo, Peterman, Reni, Redka, Hallihallo, Mona, ich sehe dich viel zu selten. Kuss mal wieder öfter, dich lauschen, vergessen ich dich nie. Ach, ich umhame dich. Du kannst das. Du kannst mich berühren. Mona, ja, so kommt es mir oft vor. Man blockiert sich oft selbst. Ganz genau, auch die Schritte zur Berufung voranzugehen. Ganz genau, Mona. Mona, ich denke, das ist oft auch das Wurzelchakra zu. Auch. Aber Sommer hilft uns dabei. Auch. Wie viel das Energie ich isst, wie der Fleisch, psychische Körper, der wird auch regelmäßig geduscht, hoffe ich. Ganz genau. brr, brr, jein. Also, naja, du hast recht, Ivi. Genau. Sollten wir unseren physischen Körper regelmäßig auch reinigen? du hast vollkommen recht. Und genau so soll das stattfinden mit unseren Chakren, mit unseren Nichtkörpern und mit unserem dritten Auge. Genau so ist das, Edim. Deswegen, das Seminar, ganz genau, Ivi, deswegen, das Seminar ist absolut für alle und absolut Hammer für deine spirituelle Entwicklung. Da habe ich schon drei Einmeldungen für 177, da sind noch sieben Einmeldungen geblieben für 177, sonst, normaler Preis ist 188 für das Seminar. Das Seminar beginnt am 21. August und dauert sieben Tage. Gut, so viel mehr habe ich gesprochen über das Thema jetzt dritte Auge und so weiter und so fort, aber jetzt will ich mehr zur Segnung kommen. Okay? Dann, wenn du bereit bist für die Segnung Maranatha, drücke Daumen auf Herzchen, können wir fliegen, da schreib mir einfach, dass du bereit bist. Ich warte einfach auf euch, auf eure Erlaubnis, dass alle bereit sind, einfach. Vergesst es nicht, viel Wasser zu trinken, das ist wirklich für uns alle sehr wichtig. Morgen haben wir Vollmond, also vergesst das nicht. Wir schlafen von außen, wenn wir nach Hause kommen, verschiedenen auch Energien, zusätzlich das, was wir von oben bekommen. Vergesst es nicht. Unterstütze dich von diesen allen Werkzeugen, die wir zur Verfügung haben. Okay? Bereit? Ganz genau, Kirsten, der Vollmond und Wassermann. Also Wassermann, das ist schon von vornherein emotionale Ebene, Aufstieg, was ich schon gepostet habe für morgen, Transformation. Uns begleiten genau Seraphine Engel. Da konnte ich schreiben, mehrere Richtwesen, aber musste ich mich genau entscheiden für ein Lichtwesen beziehungsweise eine Gruppe von Lichtwesen. Aber ich kann euch sagen eins, morgen werden uns mehrere Lichtwesen begleiten und du kannst auch Zugang zu mehreren energetischen Ebene erhalten. Ja? Es folgen noch vor diesem Monat. Was denn? Was denn, Mona? Ui, gut. Extrem, genau. Ah, du hast, ja, das in diesem Monat haben wir zwei Vollmonden. Extrem. Extrem, extrem. Vollmonden, ganz genau. Gut, ihr Lieben. Wir beginnen. Wir beginnen. Also schließe deine Augen und atme tief ein und aus. Ein und aus. Mit jedem Atemzug verbindest du dich mit deinem göttlichen Ich. mit deiner Seele mit deinem Geist mit den Engeln Mit jedem Atemzug fühlst du immer mehr Ruhe Geborgenheit Harmonie in dir wahr Diese positive Energie langsam breitet sich aus 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 der Welt du lässt alles los deine Gedanken Stress du lässt alles los Du bist wichtig Deine Seele ist wichtig und jetzt ist die Zeit dich zu entspannen dich zu regenerieren für dich selbst zu öffnen Rufe jetzt deinen Schutzengel deinen Geistführer und deine Engelsgruppe Erzangel Michael Und bitte um Schutz und Führung bis zum Ende dieser Meditation Du kannst auch noch zusätzlich visualisieren dass du dich in einem dunkelblauen Nichtkugel befindest und das ist das Licht der Schutz Und dieser Schutz bleibt bei dir bis zum Ende dieser Meditation Und jetzt rufe Erzangel Metatron zu dir Stell dir vor du stehst auf einem Weg zwischen Wiesen Die Sonne scheint Die Vögel singen Und der süße Duft verschiedener Wildblumen liegt in der Luft Genieß die Natur die dich umgibt Atme ihre heilende Energie Ein und Aus Tanke jetzt ganz bewusst diese Energie Diese Energie durchdringt dein ganzes Sein Alle Felder deines Lichtkörpers und deines physischen Körpers Atme 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 Aus Umgeben von diesen wunderschönen Energien bemerkst du, wie vor dir eine goldene Lichtkugel erscheint. Aus dieser Lichtkugel taucht ein riesiger Engel auf, der in Gold und in Farben des Regenbogens schimmert. Das ist Herzengel Metatron. Er spricht zu dir, meinem Licht der Erde. Mach dich bereit für eine kraftvolle Phase der Manifestation. Stell dir vor, wie helles, weißes Licht dein Leben mit magischen Strahlen beleuchtet. Diese Strahlen beleben und führen zu neuen Absichten. Neuen Wünschen, die dich über die Hindernisse heben, die du jetzt in deinem Leben hast. Du wirst alles aus einer anderen Perspektive sehen und besser verstehen, was du weiter tun musst. Entdecke, dass du das Licht Gottes bist, das leuchtet und mit der Energie des Himmels und des ganzen Universums verbunden ist. Spürre diese Stärke in dir. Stell dir deinen Herzensweg vor, dir vor. Kannst du den Weg klar sehen oder siehst du den Nebel? Schau, mein goldenes Licht beginnt deinen Weg zu erhellen. Alles nimmt ausdruckstarke Farben und Formen an. Der Nebel verschwindet. Und du beginnst, alles klar zu sehen. Welche Anzeichen siehst du? Hinweise? Symbole? Siehst du noch mehr Wege? Und vor allem, welches Zeichen erscheint direkt vor dir jetzt? Es ist dein Wegweiser für dein Herzensweg. Vertraue deiner Intuition. Vertraue deinem Herzen. Vertraue die Entscheidungen nicht, weil du vor etwas Angst hast, sondern weil du etwas liebst. Und lass dich von dieser Liebe, diesen positiven Gefühlen leiten. Ich berühre dein Herz mit meinen Flügel. Ich berühre mit meinem Finger dein drittes Auge. Die Energie des Maranatha-Segens fließt und gib dir die Segnungen der Quelle. Lass es geschehen. Ich bedanke dich bei Erzengel-Metatron. Und sobald du deinen Dank ausgesprochen innerlich oder laut hast, alles langsam lösst sich auf. Und du kommst langsam in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück. zurück, du öffnest deine Augen, du bist wieder im Hier und Jetzt zurück. Dann warte ich jetzt auf euch. Lass die Zeit, du kannst ein bisschen verwirrt sein. Wenn du jedoch schon zurück wirst, schreib mal deinen Feedback in die Kommentare, auch auf YouTube. Schreibe deinen Feedback in die Kommentare. Deine Wahrnehmungen, was hast du wahrgenommen? Was hast du gespürt? Bitte trinke nach diesem Lifecon minimum ein Glas Wasser. Was ich für euch noch empfehle, bade dich in Salzwasser. Bade dich in Salzwasser die nächsten drei Tage, wo so starke Vollmondsenergien sind. Das wird dich unterstützen bei diesen sehr tiefen Reinigungen und Transformationen, die gerade bei diesem Vollmond stattfindet. Und bis zum nächsten Vollmond, das ist wie ein großes Tor. Zuerst haben wir, jetzt alles geht Richtung Lion geht, also Lionstor, Löwentor, 8. August. Da werde ich euch leiten aus Polen. Ich weiß nicht, ob nächste Woche die Segnung Maranatha findet statt. Ich weiß nicht, wo wir noch übernachten werden. Schauen wir mal, wie die Lage wird. Die Meditation, die ich wieder immer am Sonntag mache auf meiner Seite, das findet statt am Sonntag. Die Segnung Maranatha weiß ich noch nicht, aber wir bleiben in Kontakt. Das werde ich euch noch Bescheid sagen. Sonst werde ich mich einfach ständig zeigen. Einfach so. Einfach so. Danke, Anastasia. Gut. Hallo, Tilly. Du warst gesperrt. Tut mir leid. Mit Facebook? Was ist denn passiert? Iris, das Symbol war ein Anker. Solltest du deine Berufung kleben? Mona, zurück. Und wie geht es dir? Anna Maria, goldenes Licht gesehen. Goldene Kreise. Wunderschön. Vielleicht hast du Wurfel vom Metatron-Würfel gesehen, Anna. Hier sind sehr schön und entspannende Dufte. Wiese und eine Schale habe ich gesehen. Weiße Schale. Weibliche Energie. Toll. Du wirst erfüllt. Wie schön. Ich empfehle euch, dieses Symbol irgendwo zu notieren. Mona, mir war es so, als wäre ein Wald hier und ein leichtes, helles Christuskreuz von meinem inneren Auge etwas vernebelt. Ganz interessant, Mona. Simone, das Symbol, was ich gesehen habe, war ein Dreieck. Es war ganz hell und meine Handflächen haben ganz toll gekribbelt. Wunderschön, Simone. Ivi, ich danke dir. Mein drittes Auge wurde neu verbunden mit der Ohrquelle. Mein Herzenswerk ist immer geradeaus und nicht links oder rechts. Umweg des Systems 3D gehen. Burgi hatte kurz Magen und Kreuzschmerzen und Kribbeln und Wärme an den Handinnenflächen. Dankeschön. Gerne, ihr Lieben. Ich habe Kribbeln in meinem Kopf. Das ist ganz interessant. Und allgemein beginne ich Gänsehaut zu haben. Ulrike, drei weiße Ringe gesehen. Vielen herzlichen Dank. Einfach wow. Hat jemand von euch eine Frage? Tilly, nein, habe ich mich ausgesperrt. Die Tür gefallen. Oh, meine Güte. Sitze vor der Wohnung. Tauschwarte auf Schlüsseldienste mit meiner Katze, Luna. Oh, meine Güte. Es tut mir schrecklich leid, Tilly, für dich. Oh, Mann. Dann wünsche ich dir, dass du so schnell nach Hause wieder die Tür, da jemand dir eröffnet, dass du wieder zu Hause bleiben kannst und die Zeit genießen kannst. Zugelassen. Okay. Christiane, mein Herz tat weg. Und dann war es gut. Hier ist ein Dank für die wunderschönen Energien, liebe Martha, vom Herzen. Marion, ein Herz und ein Anker, mir liefen Tränen aus den Augen, habe den Duft der Blumen gespürt. Vom Herzen danke. Oh, wie wunderschön, ihr Lieben. Mona, danke dir. Und natürlich Jesus Christus und der Zengelmärter. Und Gärtner vom Herzen. Oh, wie wunderschön. Ihr Lieben, danke schön. Das war so wunderschön. Und das war so himmlisch. Ich danke euch von ganzem Herzen. Denn ohne euch gibt es gar nichts. Eure Energie baut. Baut das Ganze auch auf. Alles. Das verbindet sich in einem. Das ist nicht nur ich. Nicht nur die geistige Welt. Das bist du auch, falls du dabei bist. Gut, meine Sterne, meine Seelen. Ich danke euch für euer Vertrauen. Wenn du mit Seraphine Engel arbeiten willst, melde dich an. Wenn du dein drittes Auge, also ganz intensiv mit deinen dritten Augen, würde ich sagen, arbeiten willst, dann auf jeden Fall das Seminar für dich ist. Was besonders ist mit diesem Seminar, da arbeite ich oder arbeiten wir oder andersherum, verschiedene Lichtwesen arbeiten an deinem dritten Auge. Und das ist besonders, da sind, ich komme, da sind die Scherubin Engel, da sind Seraphine Engel, da sind Drachen, was noch da ist. Delfine, Einhörner, denke ich auch. Also viele, 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 viele Lichtwesen, die mit deinem dritten Auge arbeiten werden. Und das ist fantastisch, dass du auf verschiedene Art und Weise erleben kannst, wie fühlt sich das an, das dritte Auge mit verschiedenen Energien zu öffnen. Da hast du Erzengel Samuel, da hast du Einhörner, da hast du Atlantis Engel, da hast du Cherubin Engel, da hast du Avalon Energien, da hast du die Drachen und Seraphine. Also, wie du hörst, tolle Sache. Mora, Erzengel helfen immer und vor allem der Heilige Geist, auch ganz genau. Gerne ihr Lieben. Hilft ihr es auch? Hilft. In diesem Sinne, ich umarme euch alle und ich wünsche jetzt einen angenehmen Abend, danach viele bunte Träume und bis morgen in dieser Vollmondsenergien. Namaste, ihr Lieben. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Vielen Dank.